Was ist der Unterschied zwischen Smooth Stone und Stone? Smooth Stone ist, ja. Er sieht halt anders aus, einfach. Ist doch so wie gechiselt oder wie? Ein bisschen, ja. So, wir sind wieder back, ne? Yes, yes. Ähm. Ah ja. Kicken wir mal nach. Ja, weitergemacht haben wir kaum. Ich war jetzt nur ein bisschen früher auf dem Server und hab ein bisschen Holz geformt. Gleich mache ich das noch kurz rein. Ähm, ja, ich hab die Holzkiste gebellert. Auf jeden Fall gut viel Eisen. Kann man nicht, kann man nicht klagen. Schau mal wer, was machen wir eigentlich mit den Dias? Du kannst eine Spitze bauen, Spitzhocke. Und, ja. Willst du auch was haben? Schauen wir dann. Hat jemand Essen? Äh, okay. Ich brauch eigentlich nichts an dir Zeug. Hat jemand Essen? Ich hab ein bisschen mehr. Ein bisschen, glaub ich, haben wir ja. Ja. Ja, wir haben bloß los. Ähm. So. Willst du beim Haus weiter arbeiten, oder? Ich würd fett jetzt am Haus weiter backen. Ja, können wir machen. Wir können auch oben noch eine Etage draufsetzen auf die ganze Geschichte. Das meine ich hier. Wir bauen uns in die Hölle. Und zwar unten. Die Etage hier soll eigentlich Stein sein. Außen. Ach so meinst du. Ja. Da geht das Haus nach außen. So, wie. Wait, komm mal raus. Maybe we go some food. I didn't get the same. I didn't get the same. Oh, Elias, ich send's ihm mal ein Ding. We take you. Er hat's glaub nicht getcheckt. Give me some food! Yeah, don't give you food. Why not? Wir haben eine Kiste welche. And two? Auf krampf in dem Spinn. I don't think he gets it. Ich war' grad rausgezappt. jetzt die ganze wand abreißen das heißt die fenster lassen wir mal drin die felser können wir drin lassen und ich habe clean stone gemacht und das wandle ich dann in die anderen stone hier um den brick stone jungs gehen wir schlafen so ein bricks genau in den hier bruder nachts ist es vielleicht nicht so schlau die dinge aus aufzureißen ja lass einfach mal pennen ist im bett ja ja und dann replace mir das so mit dem hier ja kannst du machen und dann hast du mit also mit viel mit viel und quasi das was da dorten aha jetzt schicke ich ok 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 das heißt wir machen jetzt erst mal unten genau ich habe jetzt mal eine essenskiste gemacht durch ganze tiererzeugnisse reinpacke eigentlich kann ich die ganzen kanten jetzt schon durch holzstämme ersetzen die ecken meine ich keine spinne was für holz nehmen wir als stämme hier spurs oder spurs und schau mal unten habe ich uns das stelzen gemacht als ob es so und auch eine auflage ist weil du hast mehr japanen ich weiß ich weiß what am I gonna do about it absolut ok what is it good for ich habe schon eine idee ok ok Dann mach ich mal ein bisschen mit Kisten. Sauberer. Ah ja, hier ist einfach meine Spinne. Ja, die ist oben auf unserem Dach. Umgelegt. Ich hätte eigentlich schon Bock, Musik anzumachen. Das mach ich jetzt auch. Oh. Das ist ja allgemein ein bisschen krass. Wen juckt's? Aha. Thomas. Ich bin schon Lule. Okay, I'm stoned, cobblestone. Stoned bricks. Thomas stoned. Was soll ich sonst sagen? Ich hab ein bisschen was in stone bricks rum umgewandelt. Ah, wie weit geht es denn auf der Seite? Ich muss das Bild wieder aufmachen. Äh, das geht halt oben dann so ein bisschen raus. Ich hab eigentlich eine geile Idee gehabt grad. Irgendwie haben wir nicht entviel Eisen. Ist dir das mal aufgefallen? Iron. Iron. Ja. Ironic. Aber hey, ich mach jetzt auch ein bisschen Musikböllerung. Wie sieht das aus? Okay. Thomas, das ist jetzt deine Entscheidung. Sieht es, entweder du sagst es sieht fucking geil aus oder es sieht absolut lost aus. Wait, ich komme. Hä, das ist endgeil. Das ist richtig sick, Bruder. Also der Übergang von dem normalen Stamm. Ja. Das ist eigentlich schon nice, oder? Also ich find's ganz geil. Das ist sick as fuck. Ich find das geil. Okay, Ehre, dann mach ich das auf, bei ganz allen Stämmen so. Zack. Jetzt die zweite Frage ist, ob wir unten cobblestone lassen oder alles, oder die Kante lassen und cobblestone. Und dann die Bricks nehmen. Ich hätte gesagt, wir setzen den cobblestone auch. Kannst du machen? Nils, schau mal hier. Den cobblestone. Ich glaube, wir den cobblestone lassen, oder? Du kannst den cobblestone durch den, ähm... Auch ersetzen. Aber nicht durch den Bricks, sondern durch den, nicht clean stone, sondern wie heißt der? Normaler stone. Nee, oder der, der, wo so ein bisschen chiseled aussieht auch. Den, wo du vorhin gecraftet hast. Nicht den, nicht den stone, der so in Höhlen ist, sondern... Wenn du den so... Nee, die Vorstufe davon. Der clean stone. Clean, clean stone, ja dann. Okay, nein, das meine ich eigentlich auch nicht. Ey, ich schau mal. Du hattest vor allem was in der Hand. Stone einfach... Das ist stone. Oder... Nein. Nee, den meine ich nicht. Ich meine nur den anders. Ähm... Warte. Ich versuch was. Smooth stone. Das kann sein, ja. Aber von dem haben wir einen Block. Wie macht man den? Kann man den nicht craften? Keine Ahnung. Komm mal raus, Nils. Ach, ich glaube ich muss den... Warte, ich probier was aus. Ich glaube ich weiß es. Ich probier nur mal was aus grad. Okay, ja ich weiß wie man den bekommt. Schau mal. Wenn man jetzt außen... Die Schicht so macht. Weißt du den hier? Den wo ich jetzt geplaced hab. Den hier? Mhm. Wie machst du den? Wie macht man den Stone? Ähm, den Stone nochmal schmelzen. Sieht das scheiße aus, oder? Ich weiß, ich habe ein anderes Texture Pack als du. Also bei mir geht's. Ich... Ich... Warte mal. Wie geht der kaputt wenn ich ihn abbaue? Nein. Nicht. Dann mache ich jetzt mal nicht so viel. Ich will mal schauen wie das aussieht wenn ich's komplett mit dem Brick... Weil der Brick bei meinem Texture Brick sieht halt so sick aus. Ich dachte nur, dass wir dann... Dann könntest du aber so machen, dass du den Brick oben auch nochmal drauf machst. Weil das ist so asymmetrisch. Weißt du was ich meine? Dann ist unten dicker. Genau, genau. So. Hey, bei mir sieht das eigentlich schon legit aus. Und dann packe ich das oben nochmal drauf. Ja, dann kannst du's machen. Bestimmt. Und dann kommt... Ne, nach dem Stone, dann geht das so nach außen. Ein oder zwei Blöcke. Sodass unsere Grundfläche größer wird. Dann könnt ihr das hier als Entry machen. Genau. Das ist okay. Nur zweimal hier und dann wieder weiter. Sturmitz. Er schneit auch im Ding, oder? Hast du immer noch auf Bayerisch? Ja. Eisenhackel. Eisenhackel. So, ich bring den Sturm jetzt los. So, ich bringe die Sauersts an. Wir nehmen's das auf den Sturm.